Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und heute will ich mich mal ein bisschen über Kickstarter und Early Access Games auslassen, aber vorher noch eine andere Sache. Mir hat heute ein Kollege auf der Arbeit ein Video gezeigt, da hat irgendjemand in der Unreal 4 Engine oder Unreal Engine 4, ich kann mir nicht merken wie es richtig heißt, aber eins davon ist total falsch und das andere ist richtig, hat der in diesen Engine Baukasten Super Mario eingebaut. Hat mir mein Kollege gezeigt und hat gemeint, hey Max, guck mal, sieht das nicht geil aus, er wünscht sich, dass es bei Nintendo in Zukunft auch so ausschaut und wahrscheinlich kennt ihr das Video, ich kann es auch nochmal unten verlinken, ich kannte das noch nicht, ich kannte bloß wo jemand das erste Mario 64 Level in Unity nachgebaut hat, was übrigens richtig klasse gewesen ist und hab ich mir das angeguckt und hab gesagt, hey, das sieht super aus, keine Frage, aber ich finde Mario wirkt da drin einfach schlicht und ergreifend deplatziert. Konnte er es nicht so wirklich verstehen, wie ich das ganze gemeint hab, aber wenn man sich das ganze mal anguckt, ich meine, das sind irgendwelche Level, irgendwelche Rohre gehen da in der Wand rum, das was ja noch zu Mario passt, aber dann ist da irgendwie so ein Alarmlicht und sowas, das sieht realistisch aus, ja, aber das sieht einfach schlicht und ergreifend nicht nach einem Super Mario Game aus. Und ich konnte da seine Begeisterung an der Stelle zumindest nicht so ganz teilen, um das jetzt vielleicht jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Und das nächste ist, ähm, es hat letztens irgendjemand auf Twitter geschrieben, er hatte den Eindruck, ich stehe so dieser ganzen Early-Axis-Geschichte und Kickstarter-Sache etwas feindselig gegenüber. Und da kann ich an der Stelle sagen, naja, das ist schon nicht ganz verkehrt, das kann man nicht anders sagen, denn was mir bei vielen Early-Axis-Spielen zu Kickstarter, komm mal gleich, Kickstarter ist an sich absolut grandiose Geschichte. Ähm, das was mir bei vielen Early-Axis-Spielen fehlt, ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben solle, äh, wie ich es anders beschreiben soll, mir fehlen bei vielen Early-Axis-Spielen, und ich meine, man muss natürlich damit einbrechen, es ist Early-Axis, das ist noch nicht fertig, ja, das ist, wenn man Glück hat, nicht immer richtig laufig, wenn man Pech hat, nicht immer richtig laufig, aber mir fehlen einfach bei vielen Kicks, äh, bei vielen, ähm, Early-Axis-Spielen so die Anklänge von Qualität. Oder, ich hoffe, man versteht jetzt das, was ich meine, also ich meine, auch wenn ein Spiel wirklich unfertig ist, und wenn ein Spiel noch lange Zeit braucht, bis es ordentlich lauffähig ist, wenn noch viel fehlt, wenn da Platzhalter drin ist, dann ist es vollkommen egal, ähm, wenn dahinter eine gute Idee steckt, wenn dahinter Leute stecken, die ihren Job verstehen, ähm, wenn es, wenn es ein durchdachtes Konzept ist, dann erkennt man das in Ansätzen. Auch bei einem Early-Axis-Game, und es gibt einige Early-Axis-Games, die mit Sicherheit, ja, vielleicht nicht ganz so schlecht sind, die auch viele Anhänger haben, aber zum großen Teil ist das, was es da auf Steam als Early-Axis gibt, einfach unfassbar großer Schrott. Und, ja, leider hat, glaube ich, diese ganze Geschichte so ein bisschen, wurde so ein bisschen durch das Modell von Minecraft ausgelöst. Das war ja auch lange Zeit, man kann es nicht sagen, man kann es nicht Early-Axis nennen, aber halt lange Zeit auch einfach, ähm, ein Spiel zum Spielen, allerdings gleichzeitig voll in der Entwicklung. Da hat das wunderbar funktioniert. Ähm, DayZ finden auch viele Leute super. Auch ein Early-Axis-Spiel, was, ähm, was viele Leute begeistert. Da gibt's ein paar Sachen. Natürlich, was auch noch ein bisschen damit reinspielt, ist diese ganze Let's-Play-Geschichte. Ich hab das Gefühl, die Leute sind richtig geil auf Early-Axis-Spiele mittlerweile, weil dann irgendein Lo-Lo-Lo-Let's-Player kommen kann. Auch wenn sich das jetzt furchtbar negativ anhört, aber wenn man sich das mal so anguckt, es ist einfach so. Ähm, dann irgendwie irgendwelche unfertigen, ähm, Early-Axis-Spiele zeigt, dann irgendwie irgendwie funny Moments damit macht. Und dann hat das Spiel so ein Mini-Hype, viele kaufen sich das Early-Axis-mäßig. Und, ja, dann ist der Hype wieder vorbei, das geht ganz, das ist wirklich Mini-Hype oftmals, nur so zwei, drei Tage. Und dann ist es wieder gut. Und vielleicht, wenn man Glück hat, kommt das Spiel irgendwann mal raus. Vielleicht sogar ganz gut. Es interessiert sich keinen Schwanz mehr dafür. Das ist schade an der Stelle, denn, ähm, man sieht da durchaus auch die ein oder anderen Sachen, die gar nicht so übel sind. Ähm, aber was halt ein bisschen bedenklich ist bei der ganzen Geschichte, dass es vielleicht dadurch halt wirklich auch die Leute dazu verleitet, wirklich noch größeren Schrott da drauf zu stellen, in der Hoffnung, man kann da vielleicht was abgreifen und hat überhaupt keine Ambitionen oder überhaupt keine Fähigkeiten, überhaupt ein Spiel fertig zu entwickeln. Was man da teilweise als Early-Axis sieht, das ist ja absolut haarsträubend. Das ist wirklich haarsträubend. Irgendwelche 0815 fertige Level-Baukasten, Dinger reingestellt, geklaute Sounds, ähm, teilweise irgendwelche, aus irgendwelchen, äh, Prefab-Presets-Shops und alles passt überhaupt nicht zusammen. Dann denkt man sich, hey, der Typ, der hat noch nicht mal ein Hello-World selbst programmiert. Warum will er denn jetzt ein Spiel entwickeln? Und das ist wirklich das, was ich mir bei vielen Early-Axis-Spielen denke. Nichtsdestotrotz gibt's einige wenige gute Beispiele, das steht außer Frage, aber der größte, der größte Teil von Early-Axis-Games auf Steam ist einfach Schrott. Und da sind wir wieder bei der allgemeinen Sache, was ich schon oft gesagt habe, 90% ist scheiße, egal von was. Ist da auch wieder so, ja? Ähm, und deswegen kann ich, kann ich, äh, es nicht verstehen, wie man manche Sachen das so extrem hypen kann und so, ähm, so, ähm, übertrieben geil drauf sein kann, ja, machen wir mal Early-Axis, machen wir hier Early-Axis. Der meiste Kram bei Early-Axis ist einfach Schrott. Ähm, kommen wir als nächstes zu Kickstarter. Gegen Kickstarter habe ich überhaupt gar nichts. Wirklich gar nichts. Kickstarter ist eine absolut kraniose Plattform, eine tolle Geschichte für, ähm, Leute, die Finanzierung, oder zumindest eine teilweise Finanzierung für ihre Sachen brauchen, ohne dass sie sich zu sehr an Geldgeber, beziehungsweise einen großen Publisher oder sowas binden. Das ist eine richtig geile Geschichte. Kickstarter muss vor allem auch mal ordentliches Konzept geschrieben werden, wo man dann schon mal erkennen kann, was haben die eigentlich vor. Das, was bei Early-Axis-Spielen, die einfach so dahin gekotzt werden, oftmals fehlt. Und, ähm, beispielsweise, fuck, ich hab vergessen, wie es heißt. Leute, wenn ihr wisst, wie es heißt, es war in aller Munde von den Banjo-Kazooie-Leuten auf Kickstarter. Hab ich auch ge... Ich könnte doch mal nachgucken. Ähm, ich hab keinen Schimmer mehr, wie mein Trinks für Kickstarter ist. Egal. Ähm, wer weiß, was ich meine, kann sich auch in die Kommentare schreiben. Ähm, und das finde ich super, dass das möglich ist. Natürlich ist das oftmals so eine teilweise Finanzierung, ähm, weil einfach ein Spiel unglaublich viel Kohle kostet und da viele Leute, ja, was irgendwo dran verdienen wollen und ihr Gehalt wollen und, ja, das ist einfach teuer. Aber Kickstarter musste zumindest ein Konzept hinschreiben, wo man sagen kann, hey, das ist was, interessiert mich, das, äh, will ich unterstützen. Das nächste ist, was viele Leute meiner Meinung nach bei Kickstarter vergessen, dass ein Kickstarter kein, ähm, ich gebe Geld und bekomme in Zukunft was Tolles, was mir gefällt, ist. Ähm, das ist so, wenn alles gut läuft, ist das so, ja. Und auch wenn ich es nicht mit einer Statistik jetzt untermauern kann, ich bin mir ziemlich sicher, beim Großteil, beim Großteil der Kickstarter-Projekte tritt das nicht ein. Es gibt genug Geschichten, die eingestellt wurden, es gibt genug Geschichten, wo sich wahrscheinlich die Entwickler über alle Berge gemacht haben oder generell die Leute, die die Kampagne da gestartet haben, müssen nicht unbedingt jetzt auf, 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 auf Spiele bezogen sein. Sachen, die vielleicht fertig werden, nie das haben, was sie eigentlich haben sollten. Sachen, die fertig werden, viel zu spät. Sachen, die viel teurer geworden sind. Sachen, die dann nicht produziert werden können. Es ist voll von Gefähle. Allerdings jetzt nicht im negativen Sinn, denn es ist einfach eine unglaublich schwierige Geschichte, sowas zu managen, sowas auf die Reihe zu kriegen. Aber vieles geht halt einfach mal in die Hose. Und das hat man gesehen, das wird in Zukunft auch so sein. Deswegen muss einem das klar sein, wenn man sich an einem Kickstarter-Projekt beteiligt, dass das keine sichere Geschichte ist. Das ist Risiko. Das ist Risiko. Ein Risiko, was sich gar nicht mal unbedingt so extrem lohnt. Ähm, die Sachen sind meistens, oder, ich meine, vielleicht fallen euch Gegenbeispiele ein. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Die Sachen sind ja meistens gar nicht mal so viel teurer, wenn sie dann später fertig sind, ja. Wenn ich mir jetzt ein Spiel auf Kickstarter, wenn wir jetzt ein Spiel bei Kickstarter mitmachen, geiler ist es, vielleicht 20 Euro billiger, aber dafür habe ich auch die Chance, mein Geld komplett in Sand gesetzt zu haben. Ich finde, Kickstarter ist, ähm, ist eine Seite, wo man auch wirklich das unterstützen kann, was man, was einem selbst nicht einfach nur zusagt, sondern gefällt, sondern wo man wirklich auch so eine gewisse Verbindung dazu hat, wo man sagt, hey, ich wünsche mir, dass das, dass das was wird. Und, ja, Wünsche müssen nicht unbedingt in Erfüllung gehen. Beispielsweise habe ich auch Camelot Unchained gebackt auf Kickstarter. Das ist, ähm, von dem, von einem, von Marc Jacobs heißt er, glaube ich, der frühe Mystic Entertainment-Typ, die die Dark Edge of Camelot mal ursprünglich verbrochen haben. Das ist ein Game, wo ich mir wirklich wünsche, wo ich, wo ich auch sage, hey, das will ich haben. Und auch wirklich, dass man sagen kann, hey, ich weiß, das könnte genauso gut in die Hose gehen. Und ich habe da, glaube ich, irgendwie damals irgendwie Silbertier und sonst was gekauft, eben für 200 Dollar eigentlich total gestört. Aber, wie das so ist, wenn man emotionale Bindungen zu gewissen Sachen hat, dann ist das nicht unbedingt so realistisch, wie man sich da verhält. Und für sowas ist Kickstarter wirklich eine super Geschichte. Ähm, wer jetzt irgendwie erwartet, auch, und das erwarten anscheinend viele, weil ich das ganze Geflame ja immer bei jedem gescheiterten Kickstarter-Projekt so ein bisschen mitverfolge oder bei jedem etwas größeren Kickstarter-Projekt, viele erwarten das. Die sagen, hey, ich habe jetzt 50 Euro, ähm, da reingesteckt, das muss jetzt was werden. Wahrscheinlich wird's nix. Das muss einem halt einfach klar sein. Ist ein bisschen wie bei Early Access. Da kaufe ich auch die Katze in den Sack. Und wahrscheinlich kommt nie was Gescheites bei raus. Aber vielleicht auch doch. Ja, und umso besser, wenn das eine Sache ist, wo ich von Anfang an gesagt habe, hey, das wäre doch mal was. Und da war ich von Anfang an dabei. Ich habe sogar schon das Kickstarter-Projekt unterstützt damals. Lange bevor es rausgekommen ist. Und jetzt ist was richtig Geiles geworden. Ist natürlich auch eine super Geschichte. Kann man sich dann freuen. Wirklich was von haben. Tut man auch nicht. Ja, das war mal meine 5 Cent zu Early Access und Kickstarter. Ich weiß, dass zu Early Access klingt vielleicht ein bisschen negativ. Aber Early Access hat auch wirklich... Es gibt so viele negative Sachen bei mir. Ich könnte auch Stunden weiter reden. Ich habe beispielsweise ein Newsletter. Kriege ich von der... Ich habe keine Ahnung, warum ich von der... Ich kenne die, weil du wüsstest gar nicht vorher, wer das ist. Ich sage jetzt den Namen hier auch nicht. Ich kriege ein Newsletter. Die haben in den letzten 2 Wochen, glaube ich, 7, 6 oder 7 Codes, Steam Codes haben die mir geschickt. Ich habe die Steam Codes nicht eingelöst, aber ich gucke mir immer die Seiten an. Das sind 7 Early Access Titel. Ja, wollen die die denn jemals fertig programmieren? Wie soll das funktionieren? Haben die irgendwie 500 Mann? Oder... Keine Ahnung. 7 Leute. 1 pro Spiel. Weiß er nicht, was sie für Quantitätsansprüche haben. Keine Ahnung. Ist das jetzt der neue Trend? Wir machen neue... Wir laufen im Band neue Early Access Projekte auf. Also Early Access, ich bin wirklich kein großer Fan von. Auch wenn man uns, wie bei Kickstarter, an einigen Stellen schon gesehen hat, hey, das was es da gibt, kommt auch ab und zu mal was Gutes bei rum. Allerdings doch verschwindend wenig. Und wie gesagt, 90% immer kacke. 10% immer ganz gut. Äh, war jetzt bescheuert. Aber ihr wisst was ich meine. Das, was eigentlich bei vielem anderen auch so zutrifft. Nicht nur auf Games. Man muss einfach versuchen, diese 10% zu erwischen. So. Haben wir an der Stelle Schluss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ach ja. Letzte Chance im Monat fällt mir gerade ein. Und ihr könnt es euch auch schon denken. Wenn ihr auf der Suche nach günstigen PC-Spielen seid, könnt ihr mal bei meinen T2A-Link vorbeigucken. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.